Die hessische grüne Soße. Jeder liebt sie. Jeder mag sie. Und jeder hat auch schon den Namen der Kräuter gehört, die dort reinkommen. Aber verflixt, welche Kräuter kommen denn jetzt nochmal in die Soße? Diese Frage habe ich als Koch immer wieder gehört. Wie ihr euch die Kräuter ganz einfach merken könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cooksum mit Kalle. Herzlich Willkommen. Sieben Kräuter sollen es sein und müssen in die Soße rein. Die da wären Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie, Pimpernelle, Saueramphag und Schnittlauch. Ähm, und wie merkt man sich das jetzt am besten? Dafür habe ich für euch mal einen einfachen Merksatz kreiert. Der da lautet, die SPD überfällt die BP. Das ist für wahr ein Fall für die SK. Hier nochmal zum Mitschreiben und Nachlesen. Hat euch dieser Tipp geholfen? Dann lasst doch mal ein Like da. Weitere Tipps findet ihr hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss. Euer Kalle. Und da oben. Vielen Dank.